Das war's für heute. Oder? Oh, aber hallo. Da ist er. Daneben, Idiot. Bam. Oh, aber das ist normal. Eklige Headshot. So. Dann hier runter. Hier entlang. Jetzt immer langsam hier. So. Oh, fuck it, langsam. Ich sagte langsam. So. Ach, Mann. Ich bin ja blöd, he. Lass mal Health nehmen jetzt. Und jetzt das Dynamit hier. So bringt es natürlich nichts. Wenn ich... Was denn, was denn, was denn? Wo denn? Wo schießt der denn her? Oh, Gott. Ich kann mir ja durch den Boden schießen oder so Geschichten, ey. Das taugt mir jetzt wieder gar nicht. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Scheiße. Wie schlecht. Wie schlecht einfach. Ja, ich lass das jetzt, glaube ich. Mit dem Dynamit. Ich bin doch eben kein Pyromaner. Lass mal hasten hier wieder. Kein Pyromaner. Ich bin hier ein Freund der alten Knarrenschule. Bam. Bam. Zwei Schuss. Hat gereicht. Da taucht schon der Nächste auf. Komm schon. Bam. Einer. Zwei. Jawohl. Komm schon. Komm hoch. Komm hoch. Lurk nochmal. Zacka. Erwischt, oder? Einen Kopfschuss hast du schon. Oh, ist das schon kalt? Ne, da ist er. Wie süß er immer hochluckt, ey. Jetzt vorbei mit Lurken. Bam. Bam. So. Ins Feuer mit dir. Wäre nice gewesen. So. Aber jetzt hier. Erstmal den hier. Und dann den Vorsichtigen. Vorsichtigener mache ich jetzt. Oh. So. Das dauert. Das dauert. Aber ich komme sicher unten an. So. Jetzt. Oha, hier. Guck. Und. Aber jetzt versucht es mich doch nochmal. Ach, scheiße. Mann. Das hätte gepasst, glaube ich. Wenn ich den hier mache. Ne. Bringt auch nichts. Jetzt aber. Komm. Komm, 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 komm. Scheiße. Den habe ich so zumindest schon mal und kommt dann. Oh. Jetzt läuft er weg. Jawohl. Sauber, oder? Reicht. Dann haben wir das feindliche Lager hier mal eben übernommen. und sammeln mal alles ein, was hier so rumliegt. Okay. Wir sind also auch wieder in irgendwelchen Katakomben. Nahe des Leuchtturms. Aber das scheint das Tresanti-Lager zu sein. Oh Gott, oh Gott. Ich hasse es immer, wenn es um harte Ecken geht. Oh ja. Ladebild, ja. Lass uns den Laden in die Luft springen. Oh Gott, Höhle. Wieder einmal. Jede Menge Wasser. Oh Gott, Schwimmerei. Oh, da kriege ich die Schwimmeritis. Schwimmeritis ist auch nie so toll in Shootern spielen vor allem. Was ist die Schwimmerei immer? Okay, hier ist eine unsichtbare Wand. Ich komme hier nicht raus. Naja. Ja, tolle Schwimmerei hier ist das. Dann gehen wir mal auf dieses Stück. Oh, da liegt was. Ein Zählstern, ein Zählstern. Hallo. Oh cool. Boah, was ist das denn? Das ist natürlich nice. Kenne ich auch noch nicht. Dass man die Kugel zieht, wie sie durchs Wasser gleitet. Geil. Oh, ich muss hoch. Luft, Luft. Naja. Atme tief ein. Kann ich mir rauf jetzt? Nee. Komme ich nicht hoch. Aber hier, oder? Komm schon. Schaff dich dann hoch. Jetzt da. So, dann jumpen wir mal. Bam, bada, bam. Das scheint doch alles easy. Oh, da vorne kommt ein anderer gerannt. Jaja. Komm her. Was willst du denn? Er rennt hier direkt auf mich zu. Will er mich hier? Aufschlitzen. Das gefällt mir ja gar nicht. Da bin ich schreckt dagegen. Ähm. Wo kriegen die hier die Elektrizität her? Oder ist denn das Kerzen? Nee, viel zu kunst am das Licht für. Äh. Kerzen. So. Hier ist auch nichts mehr. Dann gehen wir noch tiefer. Oh Gott. Was will er denn? Was hat er gemeint? Oh. Er hat gerade frischen Fisch gefangen. Okay. Mh, lecker. Ja. So. Ach, Moment. Ich muss mal kurz... Ich schau mal kurz ins Licht. Ich muss mal kurz was richten hier. Ich hoffe, das hat jetzt alles behoben. Ich habe ein kleines Problem mit meinen Kopfhörern. Oh. Oh. Guck hier. Meine Idee geklaut. Krasse, kranke Scheiße. Ihr Arschlöcher. Meine... Ey. Wenn jetzt... Ich schmeiße dir jetzt regelmäßig was runter oder was? Tatsächlich. Ja, dann, äh... Hasten wir doch mal. Okay. Okay. Nein, nein, nein. Komm schon. Nimm ein Selfpack. Oh, du Depp, du Blöder. So. Das war, glaube ich, ganz gut. Ne. Okay. Da ist immer noch Zeug. Oh Gott. Drei Stück kommen jetzt. Dann hoch hier. Oh Gott. Shotgun, Shotgun, Shotgun nehmen. Und dann mal aufräumen hier oben. Ach, shit. Komme ich nicht rum? Jetzt muss ich auch noch springen. Oh Gott. Bam. Oh, komm schon. Komm schon, leid nach. Er tut nichts. Er tut nichts. Bam. Hallo. Scheiße. Scheiße. Oh Gott, fuck it. Runter. Aber jetzt erwischt sie, oder? Komm schon, das hat sie erwischt. Das hat sie erwischt. Erzähl mir nichts. Das hat sie voll erwischt. Jawohl, ja. So lobe ich mir das. Hui, hui. Sonst ist hier nichts. Ein Galgen? Nein. Okay. Dann weiter. Oh Gott. Eine Wendeltreppe. Jetzt steht doch hier gleich einer um die Ecke. Ich weiß es doch ganz genau. Oh je, oh je. Ach, guck mal hier. Was war das denn? Du Hexe. Äh, äh, äh. Dispel, dispel. Fuck it. Ja, ja, ja. Oh Gott. Dispel. Komm schon. Bam. Hatte ich schon wieder Schilds? Gibt's ja nicht. Oh Gott. Knifflig, knifflig. Ja, ja. Warum treffe ich den nicht? Blöde Kuh. Jetzt da. Da habe ich sie endlich satt erwischt, ey. So. Es wird düster hier. Ich traue mich gar nicht, irgendwas zu untersuchen. Wieder zwei Wege. Oh, da liegt was. Mana weil, oder? Sehr schön. Bäm. Können wir mehr Mana aufnehmen. In your face. So. An Fähigkeiten haben wir fast alles hier. Gerade zwei Stück fehlen noch. Oh, ich höre Geräusche im Hintergrund. Oder soll das Teil der Musik sein? Metall und das Kratzen. Oh Gott. Nein. Fuck, äh, wie war es denn mal mit? Health. Junger Mann. Junger Mann. Zum Glück verfolgt er mich nicht. So. Schön, health. Schieß den Arm. Ach, scheiße. Komm schon. Oh, jetzt lächtern nach. Idiot. Stirb halt. Bam. Ja, 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 ja. I see you in hell. Ja, ja. Lander. Ja, doch. Setzert. Ja. Ich rotte euch alle aus, ey. Das, äh. Oh, look. Look around. Ich schlucke. Oha. Wir sehen ein Zeichen an der Wand. Aber sonst nichts. Hm. Nee, ach Gott, nee. Es geht ja gar nicht um das Zeichen. Worum geht's denn? Ich sehe. Aber ich sehe nichts. Hm. Warum wird mir gesagt, sieh, wenn ich nichts sehe? Ja, ich look. Okay. Geht's doch um das Ding? Ach, guck hier. Jetzt hat. Ein Geheimweg. Oh Gott. Und jede Menge Thesantis. Lass uns aber erst mal schauen, was hier ist. Hier geht's wohl offiziell weiter. Gut. Dann, ähm... Looken wir mal hier rein. Aber jetzt, ja, hier kommt Dynamit, oder? Jetzt will ich auch mal was mit Dynamitblatt machen hier. Ja, Mann. Läuft. Super. Da hinten, der lebt noch. Glückspilz. Oh Gott. Wie die Kugel abfallen. Jetzt, er kommt schon. Jawohl. So. Ein Kistchen. Oh, Amplifier. Natürlich. Immer Herr damit. Herr, Herr, Herr. So. Das kommt mir so ein bisschen vor wie in einer Piratenhöhle. Kann das sein, dass die Thesantis so irgendwelche abgesandten Piraten sind? Scheint mir fast so. Ähm. Amplifier haben wir. The question is now. Machen wir mal als Schild, oder? Wenn's da noch was geht. Ne, weil ich warte einfach noch. Bei dem Amplifier behalte ich noch für das. Hab ja noch zwei Fähigkeiten zu bekommen. Vielleicht haben die es nötiger. Loading. Tralali, tralala. Ah, was erwartet uns wohl da? Hui. Was macht er denn hier? Hüse, Hüse. Ja. Ja. Am Arsch. Oh. Schieß zweimal. Scheiße. Verkackt. Oh, jetzt lasse ich nach. Mann, mein Mann. Hallo. Mein Gott, wie er rennt. Ja, ja, ja. Ich strecke dich nieder. Da. Okay. Ein großer Raum lässt Böses vermuten. Okay. Okay, okay. Ja, zwei, nein. Nein. Nicht schießen, nicht schießen. Don't shoot. Okay. Der wirft einen mit Dynamite wieder. Oder? Hab ich doch richtig mitbekommen eben. Ja, ja. Hab ich schon richtig gesehen. Ja, ja. Heißt. Fahrstuhl. Okay. Toll. Konnte ich da rein? Weiß ich jetzt nicht. Egal. Konnte er auch wieder runter? Ja, tut er. Jetzt sag mal, weiß man, was da hinten noch ist? Hier natürlich nicht. Hier drin. Oh Gott. Oh, das ist eine Kugel, oder? Äh, der Kanone, meine ich. Das sieht mir jetzt ja nach Savepoint aus. Okay, ich muss wohl hasten. Da haste ich jetzt durch. Das ist eine Kanone, die schießt. 100%. Ich haste, ich haste. Ja. Erwicht hat sie mich trotzdem. Krass. Okay, okay. Äh. Da vorne steht einer. Ich brauche schnell, schnell, schnell. Health, health, health. Okay. Dann schieße ich ihn mal in den Kopf. Kopfschuldigung. Bam, bam. Zwei Schuss. Reichen. Okay. Kanone oder was? Hm. Heftige Falle. So. Ah ja. Ah, ich hab alles voll. Ich hab alles voll. Dynamit. Sehr schön. Was haben wir hier? Mach mal auf hier. Aufmachen. Aua. Das haben wir cool abgeprallt hier. Okay. Ist das wohl die offizielle Flagge der Tessantis? Hm. Wie komm ich denn da jetzt rein? Oh, da hängt einer. Schau her. Oh, da hängen zwei. Fall. Okay, okay. Aber ich komm nicht rein. Das ist ja fies. Ach, nur guck hier. Mein Gott. Open your eyes. Letzer. Oh. Und der Kopf liegt auch noch da. Ja, fies. So würde ich nicht gerne enden wollen. Aber früher war das wohl so. Jetzt ist die Frage. Schießt er nochmal? Ich will nicht nochmal. Oh Gott. Ich will nicht. Nein, ich will nicht nochmal. Wäre auch nicht logisch. Müsste erst nachgefüllt werden. So, was haben wir hier? Okay. Oh Gott. Ja. Ich hexte mal schnell auf die Shotgun. Ich glaube, da oben erwartet mich jemand. Ja. In der Tat. Schnell weg hier. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt, 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 jetzt. Komm schon. Lad nach, lad nach. Ja. Jagditioner. Ja. Ja. Na. Hallo.